Die ist richtig nice, die ist mega groß Die ist so hübsch Und ich glaub C4 ist hier nicht so der ist das Beste Die ist halt cool, später dann zu sein Aber ich glaub den, naja, ist auch sehr intelligent Obwohl ich find's hier wieder schade, dass hier so viele Waffen sind Wobei ich find das Na gut, wenn man woanders anfängt, als bei der 1000 Waffen dann äh Echt, okay, ne aber ich mein Man hat hier keine Probleme mit Waffen Das würde ich mal meinen Wenn man die ganze Runde nicht dahin zurückfindet, wie ich Ah gut, das liegt an meinem Orientierungssinn Orientierungssinn mit Bratwurst, was denn? Ja ungefähr Und du musst ne Waffe aufsammeln Au Was muss ich? Wir werden nur gleich eine Map überspringen Da die nicht bei Tim klappt Welche denn? Äh, Resident Evil Ah Wär auch klar Wie klappt bei dir jetzt nicht, Mann? Das sind tote Hunde, das find ich schön Also, dass wir hier überspringen find ich schön Das kam jetzt echt dran falsch rüber, du Detective Merlin Das sind tote Hunde, das find ich schön Ja, dass wir hier überspringen, oh Da hat grad jemand geschrien Hier ist ne Feuergranate Brennt alles Au 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 Lauf da doch nicht rein Warte mal, da fällt mir grad auf Ganz kurz, ganz kurz, ich will immer ganz kurz was testen Äh Moment mal eben Geht das jetzt? Ah ne das geht nicht, alles klar Ne weil ich, ich hab grad versucht, ich bin Inno übrigens Weil wenn man als Inno im Team chatten könnte Dann könnte man sich so immer beweisen, dass man es nicht ist Oh da kommt einer mit Schut Woah, 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 sorry ich bin zwar tot Lauf Alter, ich hab's mal weggehauen Ähm Du warst noch nicht drauf oder? Ich war noch nicht drauf, ich kam rein und war tot Dann sollte man vielleicht keine Feuergranate an den Sporn werfen Mhm Also Lars belagert mich hier mit so nem Ding Das ist bestimmt wieder so ein random Name-Werfer Ja das wär nicht gewesen, tue beleid Prozent Okay, ich hab meine Erlaubnis, ich dürfte ihn töten. Wo? Ey? Ja? Obwohl, ihr habt einen Traitor getötet, tötet ihn nicht. Ja toll, ich war ja noch nicht mal drauf. Ach, er war Traitor? Ich wusste ja noch nicht nur, dass ich Traitor war. Und dann? Ey, voll gut hier. Das war alles geplant. Gut gemacht! Ey, Per denkt sich jetzt ... Scheiße, Scheiße, Scheiße! Jetzt wär das natürlich echt nicht wieder gewesen! Die fähren ein bisschen Musik. Ja, jetzt ist es mega ruhig. Stimmt. Ja, ist es ruhig, ruhig. Anderem war es immer... Wobei ich echt die Melodie habe ich echt nicht mehr drauf. Oh, ich bin wieder in dem pinken Garten hier. Und hier... Hier zwitschern so schön die Vögel. Idyllisch alles. Oh, jetzt spackst du gerade. Oh, wie schön das hier ist. Nachschieß den Boden. Nachschieß den Boden. Ich hab mich schon umgeguckt, wer hier schießt, ey. Wir machen die Bestimmung. Alles klar. Tanz für mich. Ich hab keine mehr, leider. Ich hab meine Freunde verweilert. Wo bist du jetzt hin? Uch! Timo, was machst du da? Komm nicht einfach da runtergefallen, Jakob. Nein, hier bitte. Ich hab Angst vor den beiden. Da sind zwei und einer ist tot. Wer lebt noch alles? Also wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich Janina sehen würde, würde ich sie sofort wegrotzen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ein Traitor ist. Ja? Warum? Genau. Janina. Weil, ähm, am Anfang ist Dings gestorben, ne? Hier kommt der. Da war Feuer. Und ich bin da hingelaufen, ne? Ich bin dann da hingelaufen. Und man kann ja sehen, wenn der Traitor da liegt. Also ein Kumpel. Oder beziehungsweise das gestorben ist. Und sie meinte, da er da brennt ist. Und auf einmal ist sie weg gewesen. Da war nur noch Detective und ich da. Und ich mein, man rennt ja nicht einfach so weg, wenn da auf einmal was hoch geht. Können die mich mal zu den Leichen bringen? Ich glaub, es gibt, es gibt nur eine Leiche, oder? Ich kann die töten jetzt. Ich weiß, ich weiß nicht wo die sind. Die kann man auch mitnehmen, ja. Kann man die mitnehmen? Ich weiß nicht, was da gerade auch reingelaufen ist. Au. Ich. Oh. Achtung, aufpassen. Hey Lars. Ach, du lebst auch noch? Ja, ich lebst auch noch. Das ist ja nur Tim droht. Das ist gut, Tim. Ja. Das ist gut, Tim. Ja. Okay, komm mal. Lars, Lars. Okay. Ja, also das heißt, wir haben nur noch eins. Wer ist nochmal Detective? Berlin, oder? Ja. Ah, ich bin auch da. Ja, ich will ihm grad die Leiche zeigen, aber ich find den Spawn nicht mehr. Äh, wo seid ihr denn? Ich bin grad nach vorne. Ich bin das nicht. Ich, ich. Ja, warum bist du verletzt? Wieso ist jetzt schlechtes Wetter? Übertrieben dunkel. Alter. Geht das Wasser hoch? Was? Das Wasser geht hoch? Das Wasser geht unten hoch. Ey, das ist ja megageil. Das ist ja keine Mac, bitte. Also, ich glaub eher, das ist vom Traitor was gewesen. Ne, aber das ist nicht das ganze Wetter. Man kann doch als Traitor nicht das komplette Wetter ändern, oder? Ey, drück mal alle F, damit ich hassen darf. Das ist ein bisschen heller. Das ist echt richtig geil. Das ist ja mega cool. Ja. Ja, wenn man jetzt da unten ist, hat man geloost. Dankeschön. Random Kill. Ich hab gesagt, ich rotz sie weg. Ich wusste, dass sie es war. Das war ein Random Kill, ganz einfach. Das war kein Random Kill. Das war kein Random Kill. Ich hab dich in der Hand gehabt. Ich hab dich nicht gesehen. Ich wollte eine Smoke mitnehmen und hab die einfach dann auf den Boden geworfen. Ne, ist schon okay. Ist schon okay. Und wie gesagt, äh... Hab ich dich getötet? Ja. Ne, eigentlich nicht. Ich hab, das sieht man nach. Ich wusste auf jeden Fall, dass er inno war, weil er war die ganze Zeit bei mir. Ne, aber ernsthaft. Die Begründung, er gibt doch keinen Sinn. Was hast du gefragt, Lars? Natürlich. Nein. Du machst das schon mal weg. Achso. Ja, ganz kurz mal, das ist eigentlich eine interessante Frage. Das Wetter wurde eben nicht vom Traitor gemacht, ne? Okay. Ne. Ne. Ja, ne, echt aber. Mega krass. Das ist ganz cool gewesen. Wie dunkel das auf einmal war. Richtig geil. Also, die Begründung war für den Arsch. Und ich hab keine Waffe, also wenn ich sterbe, ist es Peer. Oder, oder. Ne, Tim ist es nicht, Tim. Tim, oder irgendwer. Ja, okay, aber dann bockt's kein. Ja, Tim könnte mich auch umbringen, aber dann wär' dann kein Traitor. Hallo, ja übrigens, das ist immer Waffe finden und so. Waffen finden und so. Aber nicht so doll, dass ich der jetzt eine geben würde. Oh, warte, hier. Ich hab die Waffen gefunden. Wow, wow, wow. Steck das wieder hier so. Guck mal, das ist mega genial, das ist mega genial. Jetzt hat man so'n Schützschild. Da kann man nicht durchschießen. Oh, ey, und man kann die Leute wegstoßen. Das ist ja richtig genial, das Ding. Ja, eingemauert. Ja, cool. Warte, ich stupf dich jetzt mal da. Der Shotgun-Harm. Das ist voll lustig. Nein, du schmeißt mich nicht runter. Hör auf! Oh, da lag'n Shotgun. Da hab' ich dir dahin gewonnen. Ich glaub, es ist Timo, weil er ne Shotgun sucht. Ja, dann bin ich es natürlich. Ich kann überhaupt nicht mit einem M16 umgehen. Beschütz dich, Tim. Ja, ich kann auch noch ein gut von dem Wasser bringen. Timo will jemanden umbringen, deswegen such dir in einem M16 ne Shotgun. Timo ist hier. Ich glaub, es ist der Timo, wenn ich den sehr schön bin. Wo alle sind. Nur du nicht. Haha, komm, fick dich doch. Ich? Ich hab' das Gefühl, es ist früher. Nein, 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 nein. Warte, wie kann ich's dir beweisen? Guck mal, warte mal. Okay, jetzt sind hier grad'n paar viele, aber ich mach' gar nix hier. Guck mal, guck mal. Ich dreh' den Rücken zu. Mach' gar nix hier. Guck mal. Ja, ich mein', anders kann ich's dir jetzt nicht beweisen. Boah. Hast du wieder einen Stuhl gefunden. Na gut, aber... Ich dich doch auch, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ja, okay. Ja, ja, geh' mal, geh' mal weg. Ja, okay, nee, das kann man jetzt auch nicht sagen. Geh' mal weg, Merlin, ich mach' nix. Geh' mal weg, ist klar. Wir sind in dem komischen Raum hin, aber man kann hier auch... Warte mal, ich geh' mir jetzt mal in die Kanalisation hier ein bisschen. Hoch, wo bin ich denn jetzt? Merlin Stapel Stühle. Ach, das gibt's auch nicht. Du bist bestimmt der Traitor. Nein, ich hab' die... Ich wollt' die eigentlich auf den Boden sparten. Boah ey, dieser... Dieser... Dieser Garten da mit diesen pinken... Bäumen... Ist echt krass. Komm schon, da eigentlich... Ja, es leben noch alle, oder? Ja. Nee. Okay, sind alle da? Komisch. Glaub' schon. Weiß so ruhig, ist... Irgendwie passiert gar nix. Hi. Warum bist du schon... Ich bin bei... Ja. Okay, normal. Weil ich mal wieder irgendwo runtergefallen bin. Hier... Äh... Hier bin ich runtergefallen. Und anscheinend bin ich im Kreis gelaufen. Geht's hier was weiter? Wow. Äh... Lars. Boah, ist das dunkel hier. Wo ist denn das hier? Jo... Guck irgendwie... Alter, ist jetzt hier zu und sei runter. Ja, ich hab mir da trotzdem den Weg getan. Das wäre der richter Weg, wenn man sich nicht weht... Ja Nina ist es! Ja Nina ist es! Die ist bei mir. Was? Du bist dir sicher? Aua! Ja, weil sie mich am Anfang so töten wollte. Und guck mal bitte, wie viele noch leben. Lars, kann es nicht sein, dem vertraue ich blind. Ja, wie viele leben denn noch? Ja, wir waren die ganze Zeit zusammen, also. Wie viele leben denn noch? Okay, jetzt... Hab ich aber grad ein bisschen Angst hier gekriegt. Will mal einer confirm oder sowas? Ach, Timo, was ist denn? Alles klar. Das ist gut. Oh! Hab ich schon. Oh, guck mal! Ja, hatte ich recht. Ja, ja. Der Lars. Oder? Auch nicht. Schon wieder ihr beide! Ey, ohne Shotgun geht das nicht. Berlin! Ah ne! Wer hat das C4 geplantet? Keine Ahnung. Das C4 hab ich geplantet. Lars, das hat sie jetzt nicht mehr gebracht. Das ich da so einen Punkt hab, wo man... gut treffen kann.